Hallo, wie geht's, wie steht's, wie läuft's, wie läuft's, wie läuft's, mein Name ist Dagon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Daisy Single Player Lingo, ich spiele exakt da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, ich laufe jetzt mal vorne zu der AC 130 und hoffe, dass mir hier keiner in den Rücken fällt und werde da mal das gute Stück checken. Oh, hehehehe Oh, heheheh da ist doch einer ich habe schon hallo hallo faszinationen halluzinationen natürlich weiß ich sehe schon da in irgendwelchen büschen sehe ich typen die so mit der knarre nach oben stehen also naja könnte an der uhrzeit liegen es ist früh am morgen und ich war noch nicht schlafen warte mal denn hier eine n 110 mit nachtssicht wie viel max zwei max ja ich pack sie ein immer die mal mit das ist schon mal gut das heißt die andere lassen wir da hier haben wir noch eine g36 die nehme ich mal mit für den nahkampf ich hoffe die passt noch noch einmal platz wunderbar so die frage ist gibt es hier eigentlich baracken auf diesem flugfeld die würde ich gerne mal abchecken wenn es welche gibt ich kenne lingo überhaupt nicht und ich habe hier im ladebildschirm von lingo habe ich einen riesen barackengelände gesehen deswegen frage an euch wer von euch kennt sich mit lingo aus wenn jemand dabei ist schreibt mir bitte in die kommentare wo ich auf der map beziehungsweise in welcher stadt ich ein barackengelände finde das wär super nett weil dann könnte ich mich dann dahin aufmachen au 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 aux ouchient nicht doch nicht doch lässt du mich wohl in ruhe du dumme sau ja ja ist gut ist gut ist gut ich hole ich gleich keine sorge du hast es gleich hinter dem mein Freund. Erstmal kurz bandagieren. So. Und dann hole ich mir den Typen. Mal sehen, wo der langkommt. Wenn der überhaupt irgendwo langkommt. So, Freundchen. Den habe ich gar nicht gesehen. Überhaupt nicht. Wo ist der Typ? Wo ist der hin? Der stand hier wunderbar in der Hocke. Das ist dann natürlich weg. Also klar. Da ist er nicht. Da ist er doch. Eine Sie. Es ist immer eine Sie. Und die checkt das nicht. Mein Gott. So. Headshot. Tut mir echt leid. Aber so läuft das in der Sie. So. Was hast du Schönes dabei? Verdammt. Wie flog man hier nochmal? So glaube ich. Nein. So. Jetzt. Jetzt habe ich es. So. Circa 6 Kilometer bis zum Ziel. Landen werde ich das Ding wahrscheinlich nicht können. Scheiße. Ich habe da Sachen drin. Stopp. 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 Egal. Verdammt. Verdammt. Da sind doch Sachen drin. Da habe ich doch Sachen gelagert. Geld. ет. Okay. So. Lass mich in Ruhe, ey. Wenn du mich abknallst, ne? Und Schluss mit lustig. So, nicht zu tief. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Da wäre noch ein Flugzeug. Scheiße, scheiße, die Startbahn endet gleich. Ah, das war wohl nix. Ich muss noch mal neu anfliegen. Es tut mir leid. Ich bin sehr selten in DayZ allgemein Flugzeuge geflogen. Und wenn, dann bin ich einfach daraus ausgestiegen. Habe es zerstört dadurch. Aber wirklich landen? Habe ich das irgendwann mal probiert? Ich glaube nicht. So. Neuer Versuch. Neuer Versuch, neuer Versuch. So, die Frage ist, mache ich jetzt schon Motor aus? Ja, komm. Jetzt können wir den Motor ausmachen. Jetzt landen wir das gute Stück und hoffen, dass wir nicht... Alter. Es leckt. Und hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden. Ja, komm, setz auf. Ja, bremsen. Nein, du sollst aufsetzen. Oh, oh, oh. Machen wir denn. Das Ding hebt immer wieder ab, ne? Das gibt's nicht. Ich werde jetzt aufgehen. Ja, ja, ja. Äh, machen noch mal wieder an. Oh, oh, shit. Hoch, 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 hoch. Hoch. Oh, shit. Okay, so geht's auch. Diese Flugzeuge in Arma 2 Daisy haben keinen Rückwärtsgang. Aber ist egal. Ich bin gelandet. Ich steige aus. Ich weiß zwar nicht, wie ich das Ding da nochmal wegkriege. Aber wenigstens sind meine Sachen nicht kaputt. Hat denn keiner ein Zelt von euch? Okay. Ich brauche ein Zelt. Ich muss ein paar Sachen lagern. An verschiedenen Stellen von mir aus. Ja, scheißegal. Wart haben wir denn da? Haben wir dann Zombie oder haben wir dann Soldaten? Ach, da ist einer. So, den habe ich mir erwischt. Sehr schön. Geschwätzte 300 Meter habe ich eingestellt, genullt und habe diesen Typen da weggeholt. Hippie, das zweite Fahrzeug, was ich hier finde. Ich glaube natürlich nicht, dass es fahren wird. Wieso auch? Na klar. Aber ist ja nicht schlimm. So habe ich wenigstens schon mal Lagerplatz. Kann ein bisschen was ablegen hier. Da ist nochmal einer. Da läuft einer. Treffer. Und down. Den habe ich erwischt. Auch wieder gefühlte 300 Meter. Oder geschätzte 300 Meter. Gesierot. Und weg ist der Typ. So, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Support-Daumen nach oben freuen. Wäre eine coole Sache. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst es nämlich wissen. Wie auch immer, Kommentar oder eben mit dem Daumen nach oben signalisiert ihr mir auch, dass es euch gefallen hat, dass ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, ich repariere jetzt das gute Stück mit dem einen Glas, welches ich habe. Und ansonsten seht ihr dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Sprich, ich werde versuchen, dieses Auto auf Vordermann zu bringen. Und werde mich dann hier in der Gegend aufhalten, um mal so ein bisschen Fahrzeugmaterial zu kriegen, um dieses gute Stück zu reparieren. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, haust du rein, bleibst du geil.